publicly Also ähm Linksklick Boost, Rechtsklick Spring Ich spiel mit Gamepad Oh Gott! Ich hab springen gefunden Und da ist Boost WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Die Grafik ist eigentlich der Hammer Das sieht echt gut aus Nein Wo ist er? Holy shit! Ich hab keinen Booster! Ich weiß nicht was ihr habt! Nee! Nein! Raus was hier! Wo bin ich? Get rekt! Mach rekt, dann kannst du überspringen! Ich will das nicht überspringen! Neee! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nein! Nee! Nee! Kann man irgendwie Handbremsen? Aber die Ballkamera ist voll praktisch! Nein! Gib mir Pust! Ach das ist doch Zeit dafür! Man kann sich in der Luft auch hammerkrank drehen! Kann man nur so einen kleinen Lümmelsprung machen? Oder kann man ein bisschen höher? Keine Ahnung! Wee! Ich hatte Prima A gewonnen! Nein! Nein! Ich leg mich gerade hammer in die Kurve mit meinem Oberkörper! Ich glaub das soll ich nicht! Mhhhhh! Eine Minute steht eins ein... Oh Parade! Nice! Halsche Richtung! Nicht für mich! BITCH! Ah, sehr gut! Verdammt! Boah! Nein! Nein! Nicht die Ballkamera! Wieso mach ich immer die Ballkamera? Danke dass du es verkackt hast! Soll ich dich sehr zu schätzen! Booth zu Critzer hat jeden Fall wäre trotzdem leicht Mittelfeld pass ja ohne Sch- Nein! Bootsen! Bootsen! Ich schaff das! Nneeeeeinen! Hör auf wenn ich Boost denke wegz airz du Arsch! Holy sh** No Oициais Vielleicht das entscheidende Hör auf die da so reinzuschieben Ich schieb mir das! Du schiebst den! Man! Das ist mega schwer! Ja, das hast du stumpf aus! Du schießt doch endlich! Ach, deswegen geht das nicht. Ich hab die Beikamera schon gehört. Oh je. Oh je. Oh, ich gewinn das noch. Okay. Drei Minuten. Ja, ein Tor pro Minute und dann noch eins. Oh je. Nee, nee! Was? Was? Moment, das will ich sehen. Ich dachte, der freilt oben ab. Oh mein Gott, das perfekte Tor! Ja, okay. Was? Du hast ihn doch fast drüber gehauen, Alter. Ja, aber nur fast. 4-3, oh shit. Guck, guck, wie gut das aussah. Guck, wie gut das aussah. Guck, wie gut das aussah. Aber, bam, weg bist du. Was? Nee! Nein! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Nicht schon wieder, Alter. Wuuuui! Und vor allem genau das gleiche Szenario wie vorhin. Wie ganz? Wir sind ja noch weiter nach oben geflogen. Ich hab übrigens jetzt erst gesehen, dass der Ball so ne Art Schatten werft. Mit dem man sehen kann, wo er landet. Du weißt, sie ist weiter, Alter. Ja. Ich habe gut Aufmerksamkeit. Und der macht's von Dänemark! Psch! Okay. Nee! Das ist unglaublich! Wuuuui! Wuuuui! Warum ich hab am Anfang vergessen den Boost anzumachen. Das ist der Wagen, Alter. Der ist doch geil. Der ist richtig nice, aber hab ich extra die schicke pinke Farbe genommen. Mit pinken Flammen. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich seh den Ball nicht! Oh, rückwärts! Ich hab'n Errungenschaftsangeber. Wenn du ihn rückwärts reingemacht hast. Wo ist der Ball? Ich seh'n Ball nicht! Nein! Oh Gott! Gegen die Wand! Gegen den Torrahmen! Ich drehe mich für den Ball in der Luft! Ich lande auf dem Rücken! Wie nur so ne Schildkröte! Nein! Ah! Holy shit! Ehh! Kein Speed mehr! Ehh! 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 Oh mein Gott! Scheiße! Was?! Hab ich dich gerade kaputt gemacht?! Mhh! Nein! Ja! Ich bin explodiert! Warte auf mich! Ist das doch in der Aufnahme? Nein! Bist du einfach gepflanzt! Ich bin einfach gepflanzt, Alter! Und jetzt brauche ich da in der Aufnahme an, Alter! Ehh! Nee! Was ist das denn? Warum geht das? Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich stand immer auf meinem Rücken wie so ne... Bekackte Schildkröte! Brrrr! Das war keine Schildkröte! Guck mal! Ich bin außerdem mal nicht gesprungen! Jetzt liegt der Ball dafür in mein Tor! Nee! Rettung von oben! Nee! Du schaffst das sogar! Ja, natürlich! Aha, meiner! Muss ich dich erst wieder zerstören? Nein! Ja! Da ist er! Da ist er! Holy shit! Danke! Nein! Ich wollte mit der... Handfremse... Ja! Genau! Und den Speedboost! Danke! Danke für das Tor! Ich mach das mit X! Shift! Ich mach das mit X! 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 Shift! Nein! Ball! Ball! Wo bist du? Ball! Nein! Ich hab gerade noch Parade gekriegt! Das war ja hammerkomisch, Alter! Ey! 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 Mann! Nein! Ich bin unter dem durchgefahren! Das war die falsche Taste! Ich hab noch zu dem gesprungen, statt zu boosten! Ich mein das war natürlich alles so geplant! Nee! Nee! Das war komplett geplant! Guck dir bitte dieses wunderbare Tor an! Oh Gott! Holy shit! Ich hab Zerstörung! Die Kamera spielt hier irgendwie öfter gegen einen als für einen! Nein! 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 Nicht 10 Sekunden! Sechs Sekunden! 7 Sekunden noch! Oh mein Gott! Tja! Kein Federmann! Verdammt! Nein! Fick dich! Fick dich! Das wird nicht noch ein 4 zu 2! Oh mein Gott war das knapp! Ey neue Rieder! Freigestalt in der Tende! Team Fat! Eine Flagge wo Team Fat draufsteht! Wow! Danke! Direkt zum Hauptmenü! Direkt zum Hauptmenü! Alter! Ich hab grad nicht aufgepasst! Oh mein Gott! Äh! Ich häng so ein bisschen an der Wand rum! Nein! Warte! Halt! Da bin ich! Nee! Wo ist der Ball? Oh da! Oh! 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 Nein! Ich bin über den Ball rüber gesprungen! Guck dir die- guck dir das an! Ich bin genau über den rüber gesprungen! Oh shit! Weil ich hatte noch den ersten Ballkontakt! Toll! Das war doch nicht der erste Ballkontakt! Ja! Okay! Oh shit! Ähm! Falsche Richtung, Auto! Nein! Danke! Meiner wäre daneben gegangen Sicher war das, das will ich sehen Ob man das im Replay sehen kann vom Winkel her Ne, der wäre reingegangen Der wäre echt reingegangen Von mir aus sah das Ich glaube mir auch nicht sicher war das beim Replay gerade Ich bin schon wieder rüber gesprungen! Aber anfange die Strategie einfach nur voll draufballern Aber was kannst du darüber machen? Guck, guck mich da, guck, WIIIIIIIIIIIII Tag, Alter Das war gar kein Hot Roder, das ist ja cool Das passiert immer wenn ich zu früh spring Ich spreche einfach an dir, weil ich denke du spielst den Du bist so ein Arsch, ey Richtig BM Huuuuiiiiiiii Tschüss Lalala Oh ich war gemutet Hallo Hattlo Scrub Nein nicht Scrub Äh Bitte mach den daneben Schade Ist megas schwer ne gute Kurve zu ziehen Ja is es auch Ähhhhh Unn Der Platz hinten drauf, Alter. Nein! 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 Holy shit, dieser Schnurr! Oh mein Gott! Nein! Nein! Das Eigentor, ey! Oh, war das eklig! Guck's dir an! Guck's dir an! Ups!